Mit BMW finden Sie immer einen Weg. Das neue BMW Maps Navigationssystem in BMWs mit Operating System 8 bietet mehr personalisierte und intelligente Wege für die Zieleingabe und Routenführung. Los geht's! Melden Sie sich mit Ihrer BMW ID an, um alle Funktionen von BMW Maps freizuschalten. Wählen Sie in der Navigations-App die Zieleingabe, um nach Adressen, Sonderzielen, Kontakten oder Koordinaten zu suchen. Bereits bei der Eingabe der ersten Buchstaben schlägt BMW Maps Ihnen mögliche Ziele vor. Gehen Sie zu Einstellungen, Dienste konfigurieren und aktivieren Sie Online-Ziele, um diese in Ihre Suche einzubinden. Unter Letzte Ziele können Sie aus Orten wählen, die Sie kürzlich mit Ihrem BMW ID Account gesucht haben. Gehen Sie zu Meine Ziele, um Locations zu speichern, die Sie oft besuchen. Zum Beispiel Ihre Heimatadresse, Geschäftsadresse oder persönliche Favoriten. So finden Sie diese in Zukunft schneller. In der Kartenansicht haben Sie drei Modi zur Auswahl. Drücken Sie auf das Symbol unter der Karte, um zu wechseln zwischen reduziert, erweitert und adaptiv. Letzterer zeigt automatisch Infos passend zu Ihrer Fahrsituation an, zum Beispiel Rastplätze oder Ladesäulen. Sie können den Kartenmodus auch direkt unter Inhalte und Zoom in der Funktionsleiste aufrufen. Sie wollen mehr visuellen Support? Rufen Sie während der Fahrt mit aktiver Routenführung die Einstellungen auf, um Augmented View zu starten. Dadurch werden Ihnen in Echtzeit grafische Richtungsweise angezeigt, eingeblendet auf Kamerabildern der Straße vor Ihnen. Ihr Fahrzeug denkt mit. Die BMW Maps des BMW Operating System 8 bieten lernende Navigation, auch wenn Sie ohne aktive Routenführung fahren. Gehen Sie zu Einstellungen, Dienste konfigurieren und aktivieren Sie die lernende Karte. So erlauben Sie dem Navi, Ihre beliebtesten Reiseziele, Routen und Abfahrten zu erlernen. Darauf basierend kann BMW Maps Ihnen mit einer Push-Benachrichtigung in der myBMW App aktuelle Infos zu Ihrer üblichen Strecke geben, zum Beispiel Stauwarnungen oder schnellere Alternativrouten. Schauen Sie auch unsere anderen How-To-Videos an, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen. Immerhin hier. Tätig.